Yo Leute, willkommen zurück zu Modern Warfare 2. Wir machen jetzt weiter hier mit der Mission. Der einzig schöne Tag war gestern. Und ja, wir müssen jetzt hier zu einer Bohrinsel, so wie es aussieht. Transport von Team 1 unterwegs. Hotel 6 auf Kurs 019. USS Dallas setzt Team 2 ein. Treffpunkt war Ziel. Hotel 6 bei 20 Metern Tiefe. Team 2 ist beim Ziel. Hotel 7 mit 13 Metern. Und dannées in der Schweizerzüge. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2 Metern. zu schauen. Wir schalten sie gleichzeitig aus. Warte auf Zeichen. komm her okay das hätten wir geschafft 2 feinde erledigt sektion 1 alpha rücke zur sektion 2 vor roger hotel 6 wachsam bleiben leute ok gut jungs waffen bereit machen vorwärts sichtkontakt beim geländer feuererlaubnis erteilt schalldämpfer einsetzen alles in ordnung zivile geiseln bei ihrer position vorsicht beim schießen roger team 1 wird stürmen evakuieren suchen sie oben weiter ok ab nach oben kommando wir rücken zu deck 2 vor ok gut die ersten geisen sind schon mal sicher Augen offen halten sektoren beobachten feindlicher heli auf patrouille aufpassen hotel 6 roger feindlicher heli runter ok bewegung hotel 6 weitere geiseln bei ihrer position verstanden gut dann wollen wir mal hier vorgehen let's go los gehts zack 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 kumando alle gaalt in of deck 2 geschehen groepa5 pryum adviate basi vati feindlicher fuk ich glaube wir kriegern gesellschaft nun zu plan b wir deponieren hier z4 los ok So, bitteschön. Alles gut. Wappen. Wappen. Wir sind auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können. Kommando, wir sind aufgeflogen. Verstanden? Es müssen auf dem Oberdeck noch weitere Geiseln und vielleicht Sprengsätze sein. Sie müssen den Standort sichern, bevor wir Verstärkung schicken können, die sich um die Raketenstellungen kümmern. Over. Crusher. Vorder hält Evakuierung bei Landezone Bravo an. Wir sollen schnell das Oberdeck einnehmen, damit die Marines schicken können. in Bewegung. Okay, dann los. So, hier durch. Und hier rein. Okay, Jungs. Sie hoch. Hotel 6, Team 2 evakuiert die Geiseln von den unteren Decks. Sofort aufs Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Wir arbeiten da an. So. Hier einfach in Deckung gehen. Bei den habe ich was. Nein, das ging daneben. Wow. Schnell nach hinten. Wir probieren einfach mal so ein ganz normal den Weg zu machen. Okay, hier wäre noch mal ein Raketenwerfer. Auf. Ja. Die durch. Einmal. Ziel. Neutralisiert. Unterwegs. Unterwegs. So. Die durch einmal. Neutralisiert. Unterwegs. Nachwarten Und weiter Deckung Hast du meine Deckung bleiben Oh, sorry Okay, wir können weiter Achtung, Granate So, wir können weiter nach vorn Weg damit Das heißt, ich auch selber Okay, das waren sie die letzten Geiseln, so wie sie aussieht Gut Wir haben auch einmal Ich gehe aber einfach mal hier am Rand lang Hey, wo schießt du hin? Hotel 6, Achtung, bei ihrer Position befinden sich Geiseln und möglicherweise Sprengwände Over Verstanden Wir wissen nicht, was hinter den Türen wartet So Okay, wir müssen vorstoßen Bereit machen Und rein Okay, geht noch nicht Hier noch alle weg machen Ich dachte, da ist mein Feind So Jetzt aber los Und rein Das waren alle Sicher Raum ist sicher Kommando Alle Geiseln wurden gesichert Wiederhole Alle Geiseln gesichert Rücken vor zu Landezone Bravo Over Gute Arbeit, Hotel 6 Marines werden abgesetzt und übernehmen die Raketenstellungen Team auf Phase 2 der Operation vorbereiten Ende Hunter 2-2, hier Punisher Boeing will gesichert Alle Sprengstoffteams haben Landefreigabe Roger, Punisher Hunter 2-2 hat verstanden Punisher, hier Phoenix 1-1 Zwei E-15 sind unterwegs zu Planquadrat 257-221 Erbiete Statusbericht Phoenix 1-1, Punisher Luftraum sicher, wiederhole Luftraum sicher Unterwegs nach 2-4-0 Und nähere mich dem Zielgebiet Gute Jagd, over Phoenix 1-1 hat verstanden, Ende Punisher an alle Flüge bei Planquadrat 255-202 Lokaler Luftraum ist gesichert Wiederhole, lokaler Luftraum ist gesichert Vorrücken zum Zielgebiet auf Route November 2 Punisher, hier Hunter Hunter 2-2 sichern die Raketenstellungen an der südwestlichen Ecke des Hauptdecks Hunter 2-3 rückt zum Bohrturmgebäude Um die Sprengsätze zu entschärfen Punisher an alle Einsatzteams Alle Raketenstellungen neutralisiert Alle Raketenstellungen wurden neutralisiert Luftraum wieder sicher Die 6. Flotte räumt auf Wird Zeit einzuschreiten Lange Geschichte dieses Gebäude Das meiste davon ziemlich hässlich Er ist ein Schloss Mit richtigem Kerker Sollte jeder Belagerung standhalten Es überstand jeden brutalen Winter Die Besetzer hatten nicht so viel Glück Das Kloster Hat die Zeiten nicht überlebt Im letzten Jahrhundert waren hier alle Die die Regierung nicht wollte Aber auch nicht ausschalten konnte Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges Von dem ich echt dachte Wir hätten ihn gewonnen Aber es ist wohl wie beim Pferderennen Wer auf das falsche Pferd setzt Hat Pech gehabt 627 ist das Ziel Das Makarov will Also lassen wir ihn frei 30 Sekunden Ohne 2,1 Hier Jester 1,1 2F5 sind sie unterwegs Wir haben es für den Abschnitt Bereithalten für Angriff Ober Bestätigt Jester Ausschalten Zielerfassung Box 3, Box 3 Guter Abschuss Guter Abschuss Ich bin auf jeden Fall bereit Jetzt geht es zum Gulag Rolle 2,1 Sie haben freie Bahn Viel Glück Ende Rolle 2,1 verstanden 2,2 Alles verstanden 2,3 bestätigt Die Form ist da Verstanden Verstanden Beschuss 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 2,2 2,1 Alle Scharfschützen Jemek Zerbisch Bereithalten Stabilisieren Verstanden Alle Scharfschützen Angriffsfreigabe Nach rechts Position wechseln Stabilisieren Ja, ich sehe sie Ja, ich sehe sie Ja, ich sehe sie Ja, ich sehe sie Halt Ein Mann in einem Gulag Bedeutet der Navy Im Moment nicht viel Verdammte Armys Ich dachte, das wären die Guten Schluss damit, Coast Ruhig bleiben Weiter Melle los Bereithalten 3 Meter 2,1 landet bei Ziel Team Einsatz Los, los, los 5,3 geht in Beobachtungsposition Für Scharfschützen Unterstützung over 5,3 Hier 2,1 Alles bestätigt 3,1 landet bei Scharfschützen So Ja, ich sehe sie ja schon 1,2 landet bei SWC Stranger In die Truppe Unterwech Hex ob wir zurückgehen ok gut leute ich würde sagen bevor wir jetzt reingehen hier in den gulag würde ich sagen machen wir hier an der stelle schluss nächste folge geht es rein in den gulag und ja lasst nochmal an der stelle einen daumen nach oben da schreibt auch gerne einen kommentar und ja